Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Auch wenn pandemiebedingt nur 15.000 Zuschauer beim Topspiel der 2. Liga zwischen Hamburg und Schalke in das damit auserkaufte Stadion dürfen, glaubt der ehemalige HSV und auch ehemalige Schalke-Profi Heiko Westermann, dass die Hamburger im Duell seiner Ex-Teams trotzdem einen Heimvorteil besitzen. HW4 sagte nämlich, der Volkspark ist ein geiles Stadion, als Spieler kennst du jeden Fleck, die Fans stehen wie eine Wand hinter dir, der HSV ist dort eine Macht. Und da hat auch durchaus recht mit, denn Hamburg ist noch ungeschlagen zu Hause in der aktuellen Saison und somit ist natürlich auch Zeit, daran was zu ändern. Generell ist das Spiel aber auch ein besonderes für den HSV und da gab es noch mal ein paar Infos, was es sonst noch so rund um den 2. Liga-Kracher so los ist, denn die Mannschaft von Hamburg trifft sich heute Vormittag wie üblich zum Anschwitzen im Stadion, dann geht es nochmal zurück nach Hause am späten Nachmittag, trifft sich dann das Team zum gemeinsamen Essen im Campus und danach beginnt der Countdown zum Schalke-Knaller. Die Partie wird auch übrigens in über 30 Ländern live im TV übertragen und auch noch mal etwas Besonderes für den HSV, die Kultband-Abschlag wird vor dem Anpfiff 2 Lieder live vortragen. Corona stoppt aber auch leider viele ehemalige HSV-Stars, leider aus Hamburger Sicht, denn das Ehrengast-Karten-Kontingent wurde komplett gestrichen. Das also ein paar Nebenschauplätze zu diesem Top-Spiel der Woche in der 2. Bundesliga DR. Die Hamburg-Gange, daran erkennen wir noch immer mehr, wie besonders noch dieses Spiel für den HSV ist, obwohl die ja schon ein paar Jahre jetzt in der 2. Liga sind und nicht nur für uns, denn was natürlich klar ist, das Spiel ist ein Kracher, nicht nur aufgrund der Tradition, nicht nur aufgrund der Fanbasis, sondern natürlich auch aufgrund der sportlichen Lage. Hamburg auf Platz 3, Schalke auf Platz 4, beide punktgleich. Und somit wird es ein sehr, sehr spannender Rückrundenauftrag, nachdem er der HSV in der Hinrunde am 1. Spieltag das Spiel für sich entscheiden konnte. Eure Meinung zu Hamburg gegen Schalke heute Abend gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Annelies Schalker!